Willkommen zu Tag 2 der Bauch-Challenge. Heute wird sich alles um den unteren Bauch drehen. Man kann den unteren Bauch nicht wirklich isoliert trainieren. Also ihr werdet immer den kompletten Bauchbereich trainieren. Aber man kann den Fokus schon auf den unteren Bauch legen und die unteren Phasen vermehrt ansprechen. Und das machen wir heute. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Wir starten wieder in Rückenlage. Auch hier noch mal die kurze Erinnerung. Der untere Rücken bleibt fest am Boden. Das heißt, wir machen diese Kippbewegung. Wir rollen das Becken auf und pressen den unteren Rücken fest in den Boden. Wir starten mit Reverse Crunches. Auch hier wieder die Option bei der Ausschreckung. Die Schulter fährt direkt vom Boden. Ist etwas anspruchsvoller. Oder ihr legt den Boden, den Boden, den Kopf auf den Boden. Und tappt mit den Füßen auf den Boden. Wichtig ist, dass sich die Hüfte wirklich vom Boden hebt. Und wir kommen auf die Unterarme. Schaut nochmal ganz kurz her. Wir rollen auch hier das Becken auf. Ziehen den Bauchnabel nach innen. Und tappen mit den Füßen auf den Boden. Die Bewegung ist nicht groß. Konzentriert euch wirklich darauf, den Bauch angespannt zu lassen. Schulten sind entspannt. Und wir kommen einmal wieder zurück auf den Nuten. Hier habt ihr auch wieder mehrere Optionen. Die Profis nehmen gerne auch die Schulterblätter vom Boden. Ansonsten dürft ihr die Schulterblätter ablegen. Und auch die Beine ein Stückchen weiter nach oben nehmen. Das ist ein bisschen einfacher. Und wir halten. Für die letzten 15. Die Beine nicht ablegen. Wir kommen sofort zum Hüftheben. Die Bewegung ist auch hier sehr, sehr klein. Es bewegt sich nur die Hüfte nach oben. Nicht mit Schwung arbeiten, sondern wirklich mit Kraft aus dem unteren Bauch. Und wir kommen zur nächsten Übung. Wir drehen die Beine einmal leicht nach rechts. Führen sie zum Boden. Führen sie wieder nach oben. Heben oben einmal die Hüfte an. Und führen sie nach links. Hüfte hoch und nach rechts. Beine zurück. Hüfte nach oben schieben. Und nach links. Und wir kommen einmal in eine Halblein-Position. Schultern tief, Bauch ist fest. Und wir runden den Oberkörper ein. Nehmen das rechte Bein nach oben. Ausatmen. Ein. Wir wechseln einmal die Seite. Ausatmen. Ausatmen. Late night, skinny, dipping like we're on a bone run Got no worries, no, cause we're so young We were so young We're in your car, singing crazy to the radio I remember it like times before, so still are Had no worries, no, we were so young Now you know we're all Und wir kommen wieder zurück in die Rückenlage Weiter geht's mit dem Star Crunch Wir nehmen die Ellenbogen zu den Knien und öffnen Hüfte geht vom Boden Ausatmen, rein Und wir kommen zurück zum Hüfteben Gehen gleich weiter Schieben die Hüfte nach oben Kleine Bewegungen zur Decke Und wir wechseln noch einmal in die High Plane Position Bauch ist fest Schultern ziehen wir nach hinten unten Musik 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 Wir bleiben hier, gleich in der Highplay Position, korrigiert nochmal die Position und rechtes Knie zum linken Ellenbogen. Auch hier wieder den Oberkörper schön einrunden, linkes Knie zum rechten. Wir kommen noch einmal in die Rückennlage, das sind die letzten paar Übungen, bleibt dabei. Wir kommen noch einmal in den Reverse Crunch. Probiert jetzt noch einmal die Beine nach vorne auszustrecken. Wir ziehen die Knie einmal kurz an. Wir bringen die Arme neben den Kopf, strecken die Beine nach vorne aus und ziehen sie abwechselnd ran. Wichtig ist jetzt, dass ihr wirklich die Schulterblätter vom Boden habt. Und den Bauch hier schön arbeiträchtig. Und wir kommen noch einmal auf die Unterarme. Kommen noch einmal zu den Toe-Tabs. Auch hier nicht im Hohlkratz sitzen, sondern Becken aufrollen. Schultern entspannt lassen. Und wir kommen noch zu einer Crunch-Variation. Füße auf den Boden, Hände in den Hinterkopf und Ellenbogen und Knie zusammenbringen. Den Kopf nicht nach oben reißen, sondern die Hände nur zur Unterstützung am Hinterkopf lassen. Und wir kommen ein letztes Mal in die Plank. Diesmal auf die Unterarme. Schultern tief, Barbes fest und wir schieben in kleinen Bewegungen nach vorne und wieder zurück. Und wir halten für die letzten 20 Sekunden. Korrigiert noch einmal eure Plank. Schultern nach hinten, unten ziehen. Bauch ist fest, legt ihn zum Boden. Und geschafft! Ich hoffe, der Bauch hat gut gebrannt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020